Die Schimpansen sind eine Gattung aus der Familie der Menschenaffen. Schimpansen sind die nächsten lebenden Verwandten des Menschen und bewohnen das mittlere Afrika. Zur Gattung zählen zwei Arten, der gemeine Schimpanse und der Bonobo oder Zwergschimpanse. Körperbau Schimpansen erreichen eine Kopfrumpflänge von 64 bis ein Schwanz fehlt wie bei allen Menschenaffen. Aufrecht stehende Tiere erreichen eine Höhe von 1 bis 1,7 Metern. Hinsichtlich des Gewichts herrscht ein deutlicher Geschlechtsdemorphismus. Während Weibchen rund 25 bis 50 Kilogramm schwer werden, erreichen Männchen ein Gewicht von 35 bis 70 Kilogramm. Die Bezeichnung Zwergschimpanse für den Bonobo ist insofern irreführend, als beide Arten annähernd gleich groß werden. Allerdings hat der Bonobo einen grad zieleren Schädel und längere und dünnere Gliedmaßen. Die Arme der Schimpansen sind länger als die Beine, Hände und Füße enden in fünf Fingern bzw. Zehen, wobei die Daumen und die großen Zehen wie bei vielen Primaten opponierbar sind. Der größte Teil des Körpers ist von einem dunkelbraunen oder schwarzen Fell bedeckt. Der Kopf der Schimpansen ist durch die hervorragenden, runden Ohren, die Überaugenwülste und die hervorstehende Schnauze charakterisiert. Das Gesicht ist unbeharrt und beim adulten Tier dunkelgrau oder schwarz gefärbt. Im Bau des Kopfes unterscheiden sich die beiden Arten darin, dass beim gemeinen Schimpansen das Gesicht heller und die Stirn rundlicher als beim Bonobo ist. Die Eckzähne sind beim gemeinen Schimpansen stark geschlechtsdimorph, beim Bonobo hingegen sehr gering. Insgesamt sind die Schneidezähne breiter und die Molaren mit runderen Hörkern versehen als etwa beim Gorilla. Die Körpertemperatur gesunder Schimpansen beträgt, wie bei Menschen im Mittel 37 Grad Celsius. Verbreitung und Lebensraum Schimpansen sind im mittleren Afrika beheimatet. Während sich das Verbreitungsgebiet des gemeinen Schimpansen von Senegal über Nigeria und den Norden und Osten der Demokratischen Republik Kongo bis Uganda und Tansania erstreckt, ist der Bonobo in den mittleren und südlichen Teilen der Demokratischen Republik Kongo endemisch. Gemeine Schimpansen sind flexibler als andere Menschenaffen in Bezug auf ihren Lebensraum und bewohnen sowohl Regenwälder als auch trockene, baumame Savannen. Im Gegensatz dazu sind Bonobos ausgeprägte Regenwaldbewohner. Lebensweise, Fortbewegung und Aktivitätszeiten Schimpansen können sowohl am Boden als auch auf den Bäumen nach Nahrung suchen, meist geschieht dies jedoch auf Bäumen. Am Boden bewegen sie sich wie Gorillas im Knöchelgang fort, das heißt, dass sie sich auf die zweiten und dritten Fingerglieder aufstützen. Im Geist klettern sie entweder mit allen vier Gliedmaßen oder bewegen sich an den Armen hängen fort. Generell sind Bonobos in stärkerem Ausmaß Baumbewohner und bewegen sich häufiger suspensorisch fort als gemeine Schimpansen. In der Regel sind Schimpansen tagaktiv. Zur Nachtruhe legen sie ein Blätternest in den Bäumen an, wobei sie üblicherweise jede Nacht ein neues Nest errichten. Schimpansen und andere Menschenaffen gelten als unfähig zu schwimmen und können in Zoos normalerweise auf Inseln umgeben von einem Wassergraben gehalten werden. Zahlreiche Fälle von ertrunkenen Menschenaffen sind bekannt. In einem Vortrag im Jahr 2011 hat der Sportwissenschaftler Renato Bender die ersten Beweise für Schwimmverhalten bei Kaptiven und Halbwilden Schimpansen und einem Orang-Gut an vor einem Fachpublikum vorgestellt. Sozialverhalten Die Sozialstruktur der Schimpansen wird als Fission-Fusion-Organisation beschrieben. Das heißt, sie leben in Großgruppen, die sich jedoch oft in Untergruppen aufspalten. Diese Untergruppen sind sehr flexibel und stellen oft nur vorübergehende Zusammenschlüsse dar. So findet man einzelgängerische Tiere neben Paaren sowie getrennt und gemischt geschlechtlichen Gruppen. Die Organisation der Großgruppen unterscheidet sich jedoch bei den beiden Arten. Die der Bonobos sind stärker matriarchale strukturiert und werden oft von einem Weibchen geführt. Bei den gemeinen Schimpansen sind die Männchen dominant. Auch sind die Untergruppen der Bonobos mit 6 bis 23 Tieren größer als die der gemeinen Schimpansen. Öfter gemischt geschlechtlich und in der Regel friedvoller als die der gemeinen Schimpansen. Gegenseitige Körper- und Fellpflege stellt wie bei vielen Primarten eine wichtige soziale Komponente dar und spiegelt auch die Gruppenhierarchie. Wieder eine zehn Jahre währende Beobachtung einer Gruppe von 150 Schimpansen im Kibale-Nationalpark von Uganda hat ergeben, dass sie sich gelegentlich zu Banden zusammenschließen, um Nachbargemeinden das Territorium abzujagen und bei derartigen Angriffen auch Adgenossen töten. Bei den meisten der wissenschaftlich dokumentierten Angriffe wurden Öffensäuglinge der benachbarten Gruppe getötet. Schimpansenkultur Nach den Untersuchungen einiger Verhaltensforscher gibt es auch bei den Schimpansen kulturelle Unterschiede. Ein und dasselbe Problem löst jede Gruppe auf ihre eigene Art. Einige beobachtete Verhaltensweisen lassen sich am besten damit erklären, dass die Schimpansen auf bereits vorliegendes kulturelles, weiter gegebenes Wissen ihrer Artgenossen zurückgreifen. Die Schimpansenkultur sei in diesem Fall durch soziales Lernen und nicht durch Versuch und Irrtum geprägt. Für die Wissenschaftler war überraschend, wie schnell die Tiere ihre Lösungen fanden, sodass der kulturelle Unterschied tief verwurzelt sein muss. Selbst benachbarte Schimpansengruppen lösen häufig ein und dasselbe Problem auf unterschiedliche Arten ein Phänomen, das sich sowohl beim Gebrauch von Werkzeugen als auch bei der gegenseitigen Fellpflege und beim Balzverhalten findet. So entstehen Traditionen bei den Tieren, in dem ein Gruppenangehöriger eine bestimmte Verhaltensweise von einem anderen erlernt. Ein interessanter Hinweis auf die Schimpansenkultur ist auch die Tatsache, dass Schimpansen in Guinea die Fallen von Wilderern unschädlich gemacht haben und dieses Wissen schnell weitergaben. Wie Forscher der Universität Kyoto beobachteten, Werkzeuggebrauch Werkzeuggebrauch bei Schimpansen ist beim gemeinen Schimpansen in verschiedenen Formen bekannt. So benutzen sie Steine oder Holzstücke als Hammer, Stöcke als Sonden- oder Grabegeräte und zerkaute Blätter als Schwämme. Bei Bonobos in freier Wildbahn wurde bislang kein Werkzeuggebrauch beobachtet, wohl aber bei Tieren in menschlicher Gefangenschaft. Ernährung Schimpansen sind alles Fresser, die sich aber zum überwiegenden Teil von Pflanzen ernähren. Früchte und Nüsse stellen den Hauptbestandteil der Nahrung dar. Daneben verzehren sie auch Blätter, Blüten, Samen und anderes Pflanzenmaterial. Schimpansen fressen aber auch regelmäßig Insekten und verschiedene kleine Säugetiere. Vom gemeinen Schimpansen sind regelrechte Jagden auf kleine Säugetiere bekannt, die meist von den Männchen durchgeführt werden und vermutlich weniger der Deckung des Nahrungsbedarfs als der Stärkung der Position in der Gruppenhierarchie dienen. Fortpflanzung und Lebenserwartung Die Fortpflanzung kann das ganze Jahr über erfolgen. Die Zyklusdauer beträgt 35 bis 45 Tage. Die Fruchtbarkeit des Weibchens wird im Gegensatz zu anderen Menschenaffen durch eine deutliche Sexualschwellung der Gesäßregion angezeigt. Nach einer rund 220 bis 250-tägigen Tragzeit bringt das Weibchen in der Regel ein einzelnes Jungtier zur Welt. Zwillinge sind selten, wenngleich vermutlich etwas häufiger als beim Menschen. Das Geburtsgewicht des Jungtiers beträgt rund 1 bis 2 Kilogramm. In den ersten Lebensmonaten klammert es sich am Bauch der Mutter fest, später reitet es auf ihrem Rücken. Die Entwöhnung findet mit 3,4 bis 4,5 Jahren statt. Die Jungen bleiben aber danach noch längere Zeit bei der Mutter. Die Geschlechtsreife tritt mit 7 bis 9 Jahren ein. Die erste Fortpflanzung erfolgt aufgrund des Gruppenverhaltens jedoch deutlich später. Beim gemeinen Schimpansen etwa mit rund 13 bis 16 Jahren. Schimpansen sind wie alle Menschenaffen langlebig. Tiere in menschlicher Obhut erreichen in der Regel ein Alter von etwa 50 Jahren. Einzelne Tiere wie der Schimpanse Gregor können aber auch deutlich älter werden. Im Freiland werden sie 30 bis 40 Jahre alt. Schimpansen und Menschen Etymologie Der Name Schimpanse ist abgeleitet aus der Bantu-Sprache Chailuba. Der Name Kivili-Chimpense ist die lokale Bezeichnung des Tiers und lässt sich mit Scheinmensch oder auch Affe übersetzen. Dieser Name ist für das Jahr 1738 erstmals belegt. Pan Der wissenschaftliche Gattungsname ist abgeleitet vom boxfüßigen Hirten-Gott Pan und geht auf ältere Vorstellungen der Menschenaffen als Fabelwesen wie behaarte, geschwänzte Menschen zurück. Das Epitheton Troglodats ist sachlich unrichtig und geht zurück auf die Vorstellung, er fische Vormenschen hätten, da sie noch nicht bauen konnten, in Höhlen gelebt. Das Epitheton Paniskus für den Bonobo ist abgeleitet von Piafaniota Sigma Kappa Omikron Sigma, bedeutet kleiner Pan und verweist darauf, dass in Griechenland kleine Götterbilder an Feldern aufgestellt wurden. Forschungsgeschichte wie lange Schimpansen der westlichen Welt bekannt sind, ist nicht genau feststellbar. Der kardagische Seefahrer Hanno brachte von seiner Afrika-Reise die Fälle von drei wilden Frauen mit, vermutlich Schimpansen oder Gorillas. Im 17. Jahrhundert kamen die ersten lebenden Tiere nach Europa. Spätestens seit Darwins und Huxleys Werken zur Evolutionstheorie rückten Schimpansen als nahe Verwandte des Menschen ins Licht der Öffentlichkeit. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts rückte die Lebensweise und das Verhalten der Schimpansen in den Mittelpunkt des Interesses. Berühmt wurden die Forschungstätigkeiten Jane Goodalls. Werkzeug Gebrauch, Lernverhalten und Kommunikationsfähigkeit dieser Tiere stehen bis heute im Brennpunkt der Forschung. Bekannte Wissenschaftler sind Franz Deval, David Premack und Roger Fautz. Angaben über die genetische Ähnlichkeit zwischen dem Menschen und den verschiedenen Arten der Menschenaffen beruhten zunächst auf Untersuchungsbefunden zu Übereinstimmungen von Aminosäure-Sequenzen bestimmter wichtiger Proteine. Diesen Untersuchungen nach wurden die Bonobos als die dem Menschen nächstverwandte Art eingestuft. Aus der vorläufigen DNA-Sequenzierung des gemeinen Schimpansen wurde 2005 abgeleitet, dass Mensch und Schimpanse sich bezogen auf Einzel-Nucleotid-Polymorphismen in ungefähr 1,23% der Basenpaare unterscheiden. Der phänotypisch große Unterschied zwischen Mensch und Schimpanse wird heute weniger auf Unterschiede im genetischen Code zurückgeführt, sondern vor allem auf Unterschiede in der Genexpression. Einen sehr großen Unterschied gibt es jedoch beim Y-Chromosom. Mehr als 30% dieses Chromosoms der Schimpansen hat keinen vergleichbaren Gegenpart beim Menschen. Relevante Differenzen gibt es ferner bei den Proteinen. Rund 80% aller Proteine weisen Unterschiede auf. Die meisten allerdings nur bei ein oder, wie beispielsweise beim 4Catbox-Protein P2-2-Aminosäuren. Im April 2007 wurde das Ergebnis der detaillierten DNA-Sequenzierung des Rhesus-Affen-Genoms bekannt gegeben. Ein Vergleich von 13.888 Genen der Schimpansen, des Menschen und der Rhesus-Affen ergab, dass 233 Schimpansen-Gene, aber nur 154 Gene des Menschen sich so stark von den Rhesus-Affen-Genen unterscheiden, dass sie veränderte Proteine kodieren. Dies bedeutet, dass sich die Schimpansen im Verlauf der Stammesgeschichte weiter von den gemeinsamen Vorfahren von Schimpansen und Menschen entfernt haben als der Mensch. Tatsächlich wurde im Jahr 2012 nach der Sequenzierung des Gorilla-Genoms ein Unterschied von 1,37% für Mensch-Schimpanse und von 1,81% für Gorilla-Schimpanse aber nur von 1,75% für Gorilla-Mensch ausgewiesen. Molekular-biologische Vergleiche der DNA von Mensch und Schimpanse wurden in Kombination mit Hypothesen zur Häufigkeit von Mutationen auch herangezogen, um die Zeitspanne einzugrenzen, während er sich die evolutionären Wege beider Arten getrennt haben. Die publizierten Berechnungen der diversen Forschergruppen weichen jedoch erheblich voneinander ab. Auf der Basis von Fossilien-Funden datierte C. Ohne Lovejoy diese Trennung 2009 in die Zeitspanne vor etwa 6 bis 5 Millionen Jahren. Terry Harrison datierte Anfang 2010 die Trennung der Schimpansen von den Hominini hingegen in die Zeit vor 7,5 Millionen Jahren. Bernard Wood nannte 2010 die Zeitspanne zwischen 6 und 4 Millionen Jahren als die wahrscheinlichste, und nach einer Revision der Annahmen über die Häufigkeit von Mutationen wurde 2012 dann wieder eine Trennung vor 8 bis 7 Millionen Jahren errechnet. Bedrohung Beide Schimpansenarten sind durch die fortschreitende Zerstörung ihres Lebensraumes bedroht. Insbesondere das Verbreitungsgebiet des gemeinen Schimpansen wird immer weiter eingeschränkt und ist stark zerstückelt. In Uganda werden Schimpansen zunehmend auch verzehrt. Der Bonobo ist auf ein relativ kleines Gebiet beschränkt und auch deswegen gefährdet. Beide Arten werden von der EUCN als stark gefährdet gelistet. Zuverlässige Schätzungen über die Populationsgröße beider Arten gibt es jedoch nicht. Hinzu kommt, dass durch Forscher, Wilderer und Ökotouristen, Krankheitserreger des Menschen auf Schimpansen übertragen werden können und dies bereits den Tod von Schimpansen zur Beuge hatte. Das Europäische Patentamt erteilte ab 2012 die Patente EP1456346 und EP1572862 der Firma Intrexen sowie das Patent EP1409646 der Firma Altor. Bioscience auf das Erbgut von Schimpansen in Trexen verfügt bereits über eine Reihe von Patenten über Säugetiere verschiedener Ordnungen, darunter auch solche über Schimpansen. Die Firma Altor Bioscience hat das Immunsystem der Schimpansen humanisiert, um Medikamente mit Antikörpern an ihnen besser testen zu können. Die Firma kooperiert dabei mit der Firma Genentech, die zu Hoffmann-Laroche gehört. Rechtsfähigkeit für Schimpansen? Unter Verweis auf die Civil Practice Law and Rules des US-Bundesstaates New York. Speziell Artikel 70 beantragte im Jahr 2014 eine Tierschutzorganisation vor Gericht, den Schimpansen Tommy als Person anzuerkennen und ihn infolgedessen aus der Gefangenschaft einer Privathaltung zu befreien. Eine Berufungskammer des New Yorker Supreme Court wies diesen Antrag zurück mit der Begründung, dass nach aller bisherigen Rechtsauffassung kein Tier, sondern nur ein Mensch als Person bezeichnet werden könne. Demgegenüber existiert seit den 1990er Jahren das Great Ape Project als internationale Initiative, um bestimmte Menschenrechte auch für andere Primaten zu fordern. Das Projekt geht zurück auf das 1993 erschienene Buch Menschenrechte für die großen Menschenaffen, das Great Ape Project, das von den Philosophen Paola Cavalieri und Peter Singer herausgegeben wurde. Systematik Äußere Systematik Die Schimpansen bilden gemeinsam mit den Orangutans, den Gorillas und den Menschen die Familie der Menschenaffen. Dabei sind Menschen und Schimpansen die jeweils nächsten Lebenden Verwandten. Im Jahr 2005 wurde erstmals ein fossiler Schimpanse wissenschaftlich beschrieben. Der um das Jahr 2000 von einigen Forschern formulierte Vorschlag, die Gorillas und die Schimpansen aufgrund der nur geringfügigen genetischen Unterschiede zwischen diesen und den Menschen der Gattung Homo zuzuordnen, fand in den folgenden Jahren keinen Eingang in die international angesehenen systematischen Werke. Innere Systematik Die Gattung der Schimpansen teilt sich in zwei Arten, den gemeinen Schimpansen und den Bonobo oder Zwergschimpansen. Schätzungen zufolge trennten sich die beiden Arten vor 0,8 bis 1,8 Millionen Jahren. Innerhalb des gemeinen Schimpansen lassen sich vier Unterarten unterscheiden. P. T. Troglodytes, P. T. Schweinfurti, P. T. Velerosus und P. T. Pharus. Diese westliche Unterart weicht im Schädelbau und auch in DNS-Sequenzen so stark von den anderen Unterarten ab, dass sie möglicherweise eine eigene Art darstellt. Der manchmal als eigene Art oder Unterart postulierte Riesenschimpanse oder Bili-Schimpanse hat sich nach DNS-Untersuchungen als Vertreter der östlichen Unterart des gemeinen Schimpansen herausgestellt.